Die Leute sind super gut vorbereitet, man wird gut eingewiesen und dann ist es wirklich auch der Kontakt mit den Leuten, die hier wirklich antreten. Die sind alle total entspannt, aber auf der anderen Seite auch natürlich total aufgeregt und freuen sich und diese Stimmung überträgt sich auf uns alle und das ist super cool.